Da haben wir doch was Er ist irgendwo nach vorne Mit einer Karre Der fährt auf jeden Fall weg Schade, ich wollte eigentlich da hoch Aber naja Hat sich dann auch erledigt Über eine Bahn Ist er jetzt ausgestiegen Alter, verpiss dich einfach mal Was macht der da? Oh, da ist eine Leiter Kann ich nicht benutzen Scheiße Hier komme ich nicht rein Da komme ich auch nicht rein So eine Kacke Fuck you Ich habe Spaß Oh, da ist eine Kacke Oh, da ist eine Kacke Ich weiß, hat nichts gebracht, aber trotzdem war das lustig Ey, der hat sich auch schon tot Ich weiß, ich musste eigentlich entkommen, aber hätte eh nicht geklappt Wenn ich in ein Auto eingestiegen bin, wäre, hätte er mich sofort gefickt Wie geil, ey Oh Gott, ey Ich kann nicht mehr, ey Der ist mir zu hoch Oh Mann, ey, war das geil War das geil Naja, komm Gib mir ein nächstes Ziel Dass jetzt mal wieder besser gehackt wird Jetzt hier, hoffe ich mal Als das jetzt Auf jeden Fall darf ich mich nicht so nah An ihm befinden oder so Scheinbar Aber wie er es auch sofort gemerkt hat Kaum renne ich kurz, ey Schon merkt er Oh, da ist ein Ginger Durchschnitt, okay Durchschnitt hört sich gut an So, dann mach mal Okay, der ist da vorne Okay Cool Ah Der ballert hier rum Wie so ein Mongo Da ist die Kasse Kasse Komm, geh weg So eine Schecke Bin ich hinter den Sichten Sieht er mich da nicht? Naja Geht so, ne Der kommt hundertprozentig gleich hier rein Könnte ich mir gut vorstellen Und wenn das passiert Wenn er von da reinkommt Dann habe ich den Scheiß Ah Das Gute ist ja Der hat jetzt die Kops, glaube ich, am Arsch Das wäre ziemlich geil Wo ist der? Ich sehe den auch nirgendwo Ich wette, der kommt hier gleich rein, oder? Da ist er Da ist die Note Na Ich hoffe, er guckt jetzt gleich sofort Da über den Tresen, ey Was ist der denn jetzt? Wo ist der? Der kommt hier auch Überhaupt nicht rein, ey Das ist schon mal sehr gut Das geilste wäre ja Dass er überhaupt nicht weiß Dass man hier rein kann Ha 60% Was ist eigentlich mit den Kops? Kommen die nicht mehr? Der hat doch hier rumgeballert Wieder letzte Morgen Oder wird es einfach nur resetet Wenn jemand in dein Spiel einklingt Könnte ich mir auch gut vorstellen Dass du jetzt nicht noch Hier mit den Kops rumficken musst Das schaut sehr gut aus Das schaut sehr, sehr gut aus Besonders die Pose Von da bin ich es auf jeden Fall sicher Aber von da eher nicht so Ich meine, er muss einfach nur Über diesen Tresen da gucken Und dann sieht er mich sofort instant Er muss mich Er muss noch nicht mal ein Profil anlegen Sie müssen sofort ein paar Leute herschicken Beeilung Oh shit Wo ist der? Alter, was macht der? Der hat einen Blackout gemacht oder so Die alte Nutte Wo ist der hin? Ich sehe ihn nicht mehr Wo ist der? Da ist der Jetzt will ich mal sagen Wann das aufhört Was soll denn der Scheiß? Wo ist der hin? Wo? Jawohl Ist das eine miese Pussy Wieder mal gewesen? Ah, ja gewonnen Du alte Nutte Ich hab dich gefickt Ich hab dich gefickt Alter, man kriegt total viele Skillpunkte Dadurch, glaube ich, kann das sein Ich vergib dir einfach mal alle Nicht, dass immer wieder diese Meldung kommt Dass ich noch ein paar Skillpunkte irgendwie frei habe So Jetzt bin ich gespannt Ob ich denn gleich wieder Skillpunkte kriege Wenn ich den nächsten Auftrag Meisterlich bestehe Alter Geht's noch? War das heavy, ey Da ballert der rum Wie der letzte Mongo Mit dem Raketen Äh, Raketen Was soll ich schon hier? Mit dem Granatenwerfer Alter Ey Kam der überhaupt einmal in die Bar rein? Ich weiß es nicht Vielleicht kann man da wirklich rein, wo ich rauskriege Könnte gut sein Also in diesem Modus ist auf jeden Fall nicht nur verstecken Das Beste Man muss auf jeden Fall auch sich ein bisschen bewegen Ey, wenn der da reinkommt, dann muss man sich ein bisschen wegbewegen Ey, ey, ey Okay, der ist direkt da Alter Soll ich denn das jetzt handeln? Ah Ist überhaupt eine kleine Ne Ist keine geile Pose hier Hm Hey, hey Geht's noch? Man kann auch gehen ohne die Leute beim Hauch zu rennen Das Ding da ist geil Da würde ich den gerne hacken Boah, wo ist der denn, ey? Geil, hier war ich noch nie Ich würde den da gerne hacken Und die ganze Zeit im Kreis laufen Das wäre geil Eigentlich weiß er direkt, wo der immer ist Kann ich den von hier aus hacken? Nein Klappt nicht so wirklich Leider Hm Da ist ein Lüft Kommt der her Der hat mich Hab ich gesehen Bist du reingefallen oder was? Ich muss essen Alter, ist das eine scheiß Pose hier Verdammt Komm Jimmy Los, Mann Was dauert denn da so lange? Hey, was machst du denn? Bist du reingefallen oder was? Was macht der da? Hinterher Verfolgen Sie Ihr Ziel Scheiß Ich hack den einfach mal kurz Merkt er das jetzt Ich weiß ja direkt, dass hier jemand ist Oder wie schaut die Sache aus Ich glaub, das weiß er noch nicht, dass hier einer ist Ich hab den jetzt erstmal gehackt Total auffällig Was ich hier grad mache Der ballert gleich auf mich Alter, der schießt gleich auf mich Hundertprozentig So Der ist da jetzt Kommt der direkt zu mir jetzt hier Oder wie schaut die ganze Sache aus jetzt hier Wo ist der? Wo ist der? Der ist da Fick doch die Renner Naja, der springen würde halt nicht Alter, der kommt gleich hier runter Oh, shit Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der denn? Ich seh den nicht Da ist er Kommt der nochmal hier hoch? Ei, 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 ei Er ist da Komm, komm, komm Kommt der hoch? Kommt der hoch? Kommt der hoch? Na, nein, 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 nein Sofort Nein, 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 nein Ohmechan! Oh 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 Scheiße, Scheiße. Scheiße. Scheiß. Scheiße. 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 Ich schaff es. Ich schaff es! alter er denkt riecht pfiech man kriegt hier mal hier sind die fähigkeiten für den doch man kriegt die ganze zeit fähigkeiten für eine dinge 3 fähigkeitspunkte alter ganz schön krass wenn du mich fragst auf jeden fall haben was geschafft das war krank das war krank mein herz kommt darauf gar nicht klar grad ich komme gerade auf überhaupt nicht klar ohne witz alter das ist ja nicht mehr normal so wo ist meine karre in mein spiel wird eingetragen ich habe ihn auch glaube ich schon soviel dazu ich habe mich gewinnt soviel dazu super moment erstmal kurz die waffe wechseln hier geht ja ganz klar und jetzt nächste mission starten bitte so und meine geile karriere sorry so komm gib mir ein ziel gib mir ein spieler mach hin aber der eine hat er da überhaupt nichts drauf ne ja okay war auch eine scheiß pose wo ich gerade war muss ich offen zugeben da 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 Vielen Dank.